Dieser Spruch passt im Fall des EKS Knatsch wie die Faust aufs Auge. Die Geschäftsprüfungskommission hat bei ihrer heutigen Stellungnahme den Regierungsrat für sein Vorgehen stark kritisiert. Einerseits ist, dass das GPK aus unserer Sicht nicht vorgänglich informiert worden ist, auch nicht beigezogen worden ist. Das ist sicher ein der Hauptkritikpunkte, die wir hier anbringen. Ein weiterer Kritikpunkt, der von unserer Seite geäussert worden ist, ist, dass es im Vorfeld des Parlaments klar geäusserten politischen Willen gegeben hat, was aus unserer Sicht von der Regierung zu wenig gewürdigt worden ist. Der Regierungspräsident Christian Amsler nimmt die Vorwürfe der GPK zur Kenntnis, lässt aber verlauten, dass in ihrem Bericht ein paar Feststellungen nicht ganz korrekt sind. Es ist natürlich nach der Gesetzgebung überhaupt nicht so, dass ein Kantonsrat die Oberaufsicht in operativen Regierungsgeschäften hat. Dass wir also vorab schon mal konsultieren usw. Die Zuständigkeit ist hier übrigens auch unbestritten. Die ist nach dem Elektrizitätsgesetz und auch nach dem Finanzhaushaltsgesetz klar bei der Regierung. Es ist hier um ein Anlagengeschäft gegangen vom Finanzvermögen. Das haben wir wahrgenommen und die Oberaufsicht ist eigentlich dann die Nachkontrolle. Was die GPK im Regierungsrat weiter vorwirft ist die Tatsache, dass der mit den neuen Käufern ein mündliches Stillschweigeabkommen vereinbart und Informationen zögerlich oder gar nicht herausgegeben hat. Also ein Stillschweigeabkommen darf es in diesem Fall absolut nicht geben. Es hat es so auch nicht gegeben, es liegt nicht schriftlich vor. Also ich könnte mündlich alles erzählen. Wir können es ja nicht nachweisen. Wir haben es verlangt. In der Unterlage ist es nicht drin gewesen. Man hat uns bestätigt, es gibt es so nicht. Es ist telefonisch oder mündlich abgesprochen worden. Von dem her hat es für uns keine Relevanz. Es darf kein Stillhalteabkommen zwischen der Regierung und der GPK geben, das diese GPK aushebeln. Der Regierungsrat verteidigt seine Handlung. Bei sensitiven Geschäften sei auch Vorsicht botten und darum ein entsprechendes Abkommen vereinbart worden. Es ist in der Tat so, dass es ein mündliches Stillhalteabkommen gab. Man hat sich über den Kaufpreis natürlich nicht nach aussen füssen. Das haben wir beherziget und von dem her ist jetzt natürlich ein bisschen unterschiedliche Auffassung, hätte man die GPK informieren oder nicht. Die GPK fordert vom Regierungsrat jetzt, dass er in Zukunft seine Handlungsweise bei ähnlichen Fällen überdenkt. Der Regierungsrat wiederum wünscht sich mehr gegenseitigen Respekt, wenn es um Kompetenzverteilung geht. Dann sei auch wieder eine sachliche Diskussionsstruktur gegeben.